Salli und Grüezi miteinander. Ja, es wird wieder mal Zeit für ein Fullface. Meine kleine Kiste ist quasi voll. Ich kann es euch jetzt nicht hochheben, weil ich es etwas sortiert habe in... Was habe ich überhaupt? Was fehlt? Und ja, ich möchte mich jetzt schminken mit euch. Und ich ziehe mein Haarband an, die Schnecke. Die Schnecke, auf die habe ich Bock. So, ich habe mich schon lange nicht mehr hier geschminkt. Also deshalb, ja. Mein Gesicht wird mit keinem neuen Produkt geprimert, sondern mit einem, den ich jetzt einfach aufbrauche von Mood Masky, die Glam Care. Ist okay. Nicht ein super Primer, aber er ist okay. Also ich kann ihn aufbrauchen. Ich hatte ja von Mood Masky sonst eben die Masken, die man kennt. Die fand ich jetzt meistens gar nicht so, diesen Hype und so wert. Und der Preis ist ja, wow. Ja. Utopisch. Teuer. Sehr teuer. Ja, ich hoffe, euch geht es gut. Mir schon. Mir schon. Was ich angenehm finde, der wird sehr schnell etwas sticky, aber nicht zu sticky. Genau. Aber um den soll es sich heute gar nicht drehen. Ich habe noch einen Lidschattenprimer. Auch da habe ich keinen neuen gekauft. Ich nehme den von Lavera, die Naturkosmetik. Nämlich den sollte ich langsam aufbrauchen, aufgrund vom Datum her. Schon einen Moment offen. Der ist aber auch okay, Leute. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich mit dem schminke, dann trocknet der nicht so schnell irgendwie an. Oder wie soll ich es sagen? Ich weiss auch nicht. Okay. Okay. Ich weiss, was ich vergessen habe. Ein Tüchlein. Und dann habe ich hier in meiner Schuhlade per Zufall irgendwo ein Tüchlein. Aber ich habe alle veräumt. Ich habe alle veräumt. Da muss es so gehen, Leute. Das wird auch so gehen. Genau. Ja. Das ist ein Pickel. Ein winzig kleiner, aber jetzt mittel auf der Stirne. Nee, ich knüble jetzt nicht drauf. So, weiter geht's, Leute. Ich habe zuerst ein Lippenprodukt, das ich mir auftragen möchte. Es ist von der Chili-Vanili-Reihe von Essence, die Limit Edition, das Lip Glaze. Und ja, es hat sicher eine rötliche Farbe, aber ich vermute, das wirst du nicht gross merken. Es schmeckt. Erstaunliche Reise nach Anglia, ne? Er hätte es gedacht. Ja, eben habe ich fast vermutet, dass das nicht viel Farbe abgibt. Aber gut. Hätte es eine Bezeichnung? Nö. Doch. Nummer 01. Home is where Vanille is. Home is where Vanille is. Meine Vanille steht meistens in der Küche, aber egal. So, genau. Jetzt hatte ich... Ich bin ja so verliebt in den von Catrice, diesen Concealer oder den Eye Brightener Concealer. Und ich habe jetzt zwei. Einen habe ich von der Marke Gouche. Der war irgendwie... Ich nehme an, in der Goodie-Box. Genau, das wäre die einte Möglichkeit. Oder eben auch von Essence aus der Chili-Vanili-Reihe hat es auch eingegeben. Und ich würde aber sagen, da ich jetzt Chili-Vanili schon auf den Lippen habe, nehme ich den von Gouche. Den muss ich sogar noch richtig öffnen, Leute. Der ist noch komplett verschlossen. Also sehr gut verschlossen, will ich damit sagen. Ich nehme... Oh, das ist ein Puschelvieh. Ich mag diese Puschelviehchen nicht so. Aber ja. Okay. Ich drücke mal, bis ich etwas sehe. Oh, Leute. Ach so. Das muss man noch aufdrehen. Kann ich noch lang drücken, ne? Jetzt wäre es offen. Ich habe Angst zu drücken, Leute. Bitte fragt mich. Du bist doch jetzt offen. Ach, jetzt kommt es. Okay, das sieht jetzt eher etwas dunkel aus. Also... Nicht vergleichbar mit denen von Caprice, an denen ich gedacht habe. Aber jo. Okay. Ich mag diese Puschelviehchen einfach nicht. Ich werde das jetzt einfach mal grob verteilen. So. Und dann nehme ich jetzt meinen Finger. Okay, Leute. Das sieht von der Farbe her echt... Nicht ideal aus, finde ich jetzt gerade. Sorry, Leute. Ihr müsst mich hier... Könnte eigentlich auch... Wartet mal kurz noch. So. Inklusiv klassisch. Ein Sandmännchen kommt auch noch mit, ne? Tja. Tja. Kommt mal näher. Ich finde es recht gelblich. Man sieht extrem einen Unterschied jetzt so. Und es hat eher sogar... Etwas sandig-goldiges. Aber ich könnte jetzt schon sagen, ja, dunkel Schatten hat es abgedeckt. Kriegt denn Mr. Fred hier noch weg? Ich weiss noch nicht. Ach, Leute. Hallo. Ich habe vergessen, wieder raus zu zoomen. Ich mache mal Mr. Fred noch mit euch. Kommt mal wieder raus. Ja. Ja. Ich habe was um die Augen. Ja, es... Ich habe irgendwie einfach das Gefühl, es wird sich auch absetzen. Aber ja. Gut. Es ist, wie es ist. Weiter geht die wilde Reise. Den habe ich jetzt nicht getestet. Den lasse ich vielleicht noch in meiner Box. Genau. Für das Gesicht. Ich habe keinen Bock auf Foundation. Ich bleibe heute zu Hause. Ich werde mein Gesicht einfach ein wenig pudern. und zwar habe ich den von Rival de Loup, den ich leer mache oder versuche leer zu machen. Und ja, ich mag Puder. So ein schönes Produkt am Morgen früh Puder. Es gibt nicht viel, viel zu überlegen. Und das klappt meistens auch mit den Lichtverhältnissen. Diese Puder ist auch eine Spur zu dunkel. Aber ich finde es nicht schlimm. Ja. Wie hier so rötung? Man weiss doch auch nicht. Oh, mein Gesicht ist abgepudert. So sieht er übrigens aus. Ist okay. Augenbrauen mache ich nichts, ne? Also, dass ich sie vielleicht wieder mal zupfen sollte. Aber pssst. So. Kontur. Da habe ich zwei Optionen. Und zwar einmal aus der Essence Blum Blum Baby Geschichte. Das ist eine komplette Palette. Also Eyeshadow, Face und Palette. Genau. Und hier hat es einen Bronzer drin. Ja. Oder von Playgirl. Die habe ich gesehen bei Ottos. Keine Ahnung. Ja. 80er Jahr Kind. Da hat Playgirl irgendwie noch eine Bedeutung. Und auch hier hat es einen Bronzer darin. Respektiv sogar zwei. Aber dieser wäre viel zu dunkel. Und das ist so ein schimmeriger. Das ist auch nichts. Oder der da. Jetzt muss ich kurz nebeneinander halten. Ich glaube, ich werde den nutzen. Jetzt habe ich gespuckt. Ich werde den aus der Essence Baby Blum Blum Geschichte testen. Weil ich das einfach so will. Gut. Jetzt habe ich natürlich kein Pinsel hier. Aber die sind nicht weit weg. Ich bin keine Beauty-Expertin. Ich mache die Welt, wie sie mir gefällt, sage ich immer. Und so fühle ich mich gut. Sieht man was? Doch, doch. Der ist schön, Leute. Der gefällt mir. Man sieht ihn schon, ne? Also hier ist das Studiolicht. Darum ist das natürlich auch wieder sehr extrem. Ich finde, er lässt sich gut verblenden. Die Kamera sieht jetzt extrem strichartig aus. Naja. Gut. War gut. Weiter geht's mit Blush. Und da habe ich ja eigentlich auch mehrere Auswahl. Ich hätte in Essence Blum ein. Ich hätte hier bei der Playgirl-Palette einen. Und ich habe aber noch den von Trend It Up mit Glow-Effekt. So sieht er aus. Also jetzt, ich möchte nochmal in die Playgirl-Geschichte reinschauen. Hier hat es ja auch die obere Reihe. Ich bin mutig und versuche den mit dem Glow-Effekt. Ich muss nicht mehr raus. Und falls ich zu Glowy bin, ich bin gespannt, wie Glowy eben er ist. Ich nehme jetzt den selben Pinsel, Leute, gell? Ich gebe das Produkt ab. Hallo? Ah, jetzt doch. Jetzt kommt was. Aber, Leute. Also, er macht einen schönen Glow. Aber kaum Farbe, Leute. Kaum Farbe. Finde ich jetzt schade. Möchte er schon? Ah ja. Es lässt sich zwar aufbauen, Leute. Ich habe nichts gesagt. Also, ich sehe es im Spiegel. Ob es in der Kamera sichtbar ist, weiss ich nicht. Es ist halt schon sehr Glowy. Aber schön Glowy, finde ich. Er ist einfach nicht so krass von der Pigmentierung, von der Farbe her. Seht ihr das überhaupt? Ja. 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 Mal leer. Man sieht schon nicht sehr viel, oder? Naja, fehlt mir die Farbe ein wenig. I don't know. Dann Highlighter habe ich auch mehrere Zahlenwahl. Auch wieder in der Blumengeschichte. Den will ich aber sicher nicht. Auch wieder in der Playgirl-Geschichte. Da hat es ja mehrere. Oder den Chili-Vanili-Stick. Von Essence. Und ich glaube, ich möchte den ausprobieren. Der hat ja auch so eine komische Passform. Der stinkt, Leute. Ich mache das jetzt einfach so, ne? Oh, oh. Das ist ja Holo-Geschichte. Oh. Oh. Jo. Aber hey, Leute. Ich sage immer, ich sehe mich hier in der Kamera eigentlich am besten. Durch das Licht. Im Spiegel sehe ich einfach, was ich tue. Und in meinen diversen Spiegeln, dann in meinem Wohnzimmer, werde ich sehen, wie es in der Realität alltagstauglich aussieht. Nun ja. Nun ja. Nun ja. Ich überlege, das haben wir. Wir kommen zu den Augen. Ich habe eine kleine, oh, Entschuldigung, Lidschattenpalette. Und ich glaube, die war auch irgendwie in der Abo-Box von Bella Pierre. Und ich finde sie schön, praktisch, aber sehr dunkel. Muss ich sowieso schauen, ob die bei mir bleiben. Ich überlege dann. Dann habe ich eben von Playgirl, die Naughty Neoni, glaube ich. So sieht sie aus. Wir haben hier zwölf Farben. Die sind einfach schon cool. Also passt absolut nicht zu meinem Blümchen-Look. Aber Leute, guckt euch mal diese Farbeauswahl an. Wir haben primär matte Farben. Und wenn ich es recht sehe, ungefähr drei oder zwei Schimmertöne. Ja, ich hole mal ein Pinselchen. Und zwar zwei. Weil ich möchte die nutzen. Hoppla, schon wieder, Entschuldigung. Auch wenn es nur so halber passt, jetzt gerade zu meinem Look. Ich würde zuerst setten mit etwas Weissem. Meine Nase geht zu, Leute. Schon klar weiss, es ist nicht hochdeckend, aber so für mich jetzt gerade optimal. Dann, was nehme ich? Dann, was nehme ich? Ich denke, ich nehme mal das Gelb. Gelb ist ja auch, finde ich, von der Pigmentierung her auch immer etwas schwieriger. Oh, schöner Spiegel hat es hier, merke ich gerade. Beinahe besser als den, den ich auf dem Tisch habe. Macht schon gelb, Leute. Ich hole euch zum Schluss dann näher ran, damit ihr meine Künste seht. Heute ist das Licht von dieser Seite so schwierig. Gut, ich habe hier auch den Vorhang offen. Das hätte bei uns nicht das Schönste sein, dass ich nicht komplett den Morelli kriege. Okay. Okay, ich lasse das mal so. Dann möchte ich jetzt in das Violett gehen. Und ich überlege. Ich nehme jetzt gleich den selben Pinsel. Komm, Leute, was soll's. Also. Gibt sehr gut Farbe ab. Finde ich. Ich bin erströmt. Ich hätte es umgekehrt machen sollen. Jetzt habe ich auch nicht studiert. Eigentlich wollte ich das rötliche innen. Und jetzt habe ich das dunkle in. Ja, egal. Ja, es ist nicht schlecht. Ja. 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 So, was nehme ich denn jetzt zum Ende hin? Ich versuche jetzt noch das Neongrün aus. Ich komme nach dem. Ich komme da ab und doch drunter, ne? Okay. Oh. Okay. also fallout im gesicht nicht in der palette schon ich möchte jetzt hier noch kein glitzer aufwärmen komm mal näher das ist gar nicht so schlecht geworden seht ihr es mit dem licht und so gar nicht so schlecht jetzt hat es hier einfach wirklich nur sehr sehr dunkle respektive sogar beinahe nur ein topper den will ich nicht was habe ich denn hier sonst noch highlighter schlimmstenfalls ich nehme doch einfach highlighter why not nehme den highlighter den untersten und hellsten ich hätte eigentlich noch was gehabt was beinahe highlighter ist aber ja egal so das war's von Mars das habe ich soweit ich bin jetzt in den Sinn gekommen ich habe hier noch drei eyeliner obwohl ich ja nie eyeliner nutze aber ich habe drei stück zwar von rival de loup der hat mich leider ein bisschen verarscht ich habe gedacht das wäre so violett das ist aber ein tiefdunkels blau mit so einer filzmine so chrom den möchte ich jetzt nicht dann habe ich von der vanillereihe chili vanilli von essence noch diese zwei töne oh Leute meine Nase und ich nehme jetzt die 02 vanille vibes only und gucke mal was ich machen kann oh das ist ja das ist sowas das ist gar kein eyeliner Leute das ist ein topper ja gut ok ich habe das Gefühl ich trage so jetzt gerade mein ganzes lila weg aber egal egal im Moment fühlt es sich im Auge gut im Auge auf dem Auge gut an ich habe kein Fixing Spray ich nehme den Mercy Handy ist eigentlich nicht ganz ein Fixing Spray aber mir egal tut gut ja Mascara gab es nur die von Golden Rose die Mega Volumen Lang City Style Mascara die war auch so viel ich weiß in einer Abobox und die testen wir jetzt gemeinsam ich zeige sie euch gleich so sieht sie aus schwarz natürlich und so ein Silikonbürstchen schauen wir mal ob ich zurechtkomme mit dem Bürstchen ich habe das oh ok das Bürstchen ist sehr sehr stachelig werde mal nur ein Auge machen die ist echt nicht schlecht Leute ich bin komplett konzentriert weil es so es hat lange Haare hier und hier kurze und ich bin mir das einfach von der Handhabung nicht so gewohnt deshalb dauert es so lange aber komm mal näher die kann schon was also geschminktes Auge nicht maskartes Auge macht schön die finde ich jetzt schön das ist ja auch noch so hält mal schauen ob ich es lesen kann ob die wasserfest ist ich habe ja ehrlich gesagt links ist noch schwieriger Leute jetzt habe ich gepatscht also Leute ich komme mir gerade vor das könnte ich meine Wimpern nicht tauschen irgendwas ist heute komisch meine Handhabung lässt zu wünschen übrig ist nicht schön getuscht das ist ganz ein weiches Bürstchen auch seht ihr das? ob es vielleicht wegen dem noch etwas spezieller ist zum Auftragen ich habe hier gepatscht ja naja ja aber ich muss definitiv noch üben weil ich habe gepatscht und gepatscht und hier kleben sie zusammen sehe ich jetzt gerade aber sie macht sehr schwarze tiefschwarze getrennte Wimpern also an und für sich ja Lippenstift habe ich mir noch gegönnt von Essence Slime Stick No Long Lasting Lipstick 6 Stunden in der Farbe Velvet Punch 105 das sind ja diese neuen und ich finde eigentlich die Passform so gesehen genial ich glaube sie sind auch eher matt aber vielleicht täusche ich mich wir werden schauen das gleitet so schön über die Lippen Leute also die Passform ist optimal für schnellen Lippenstift finde ich ja was sagt ihr dazu kommt mal näher näher habe ich gesagt sieht doch okay aus außer eben die Mascara jetzt die ich gepanscht habe ich habe das Gefühl ich bin zufrieden also kurzes Fazit die Base besteht ja von meinen Produkten da wusste ich dass das funktioniert ähm 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 das auch Chili Vanille war gut ja das muss ich sicher länger testen wie die Pflegewirkung so ist es ja logisch kann man nicht auf Anhieb sagen den habe ich nicht getestet aber egal diesen Gosch was soll ich sagen ich finde ihn nicht schlecht wenn ich es jetzt so im Endergebnis sehe er setzt sich dezent ab ich habe das Gefühl ich sehe meine Falten schon relativ aber das habe ich auch schon schlimmer erlebt ich selbst mag einfach diese Puschelfiecher nicht so wirklich aber er darf bleiben er darf bleiben genau ähm das ist Müll 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 den Blush ich werde den mal noch behalten aber muss das mal im Spiegel schauen man muss schon relativ viel nehmen und ich weiss einfach nicht ob ich jetzt ob es mir nicht etwas zu viel Glowy ist noch durch den Highlighter vielleicht ohne Highlighter fände ich schöner den Lippenstift das ist klar genial also überlege ich mir echt noch andere Farben zu holen ich habe ja zwar genug Lippenstift aber egal die Mascara ich finde sie mega schön was sie für ein Ergebnis macht aber ich hatte jetzt echt Probleme mit der Anwendung deshalb wird das sicher noch mal weiter versucht gebe ich nicht so schnell auf den habe ich ja nicht gebraucht dann die Chili Vanilli Applikationsgeschichten da Leute also ich bin jetzt am Sprechen am Blinzeln und Machen und es trocknet sehr schnell weg das finde ich natürlich schön das heisst das setzt sich hoffentlich auch nicht so schnell in der Lidfalte ab also die bleiben ganz sicher die kommen halt einfach zu den Flüssiggeschichten ein Chili Vanilli ich finde ihn eigentlich schön und wisst ihr wer mich mir das auch sehr gut vorstellen kann stellen wir uns vor es kommt mal wieder Sommer ja der kommt bestimmt und du schwitzt und machst und tust dann habe ich persönlich manchmal gar keine Foundation und auch gar kein Puder und dann einfach nur das ein wenig Highlight setzen das kann ich mir sehr gut vor also er gefällt mir wirklich er hat ein bisschen Holo-Geschichte darin Glow with the Flow könnte man sogar für Körper nehmen lese ich jetzt gerade genau die Bella Pierre Geschichte ich glaube die werde ich verschenken ich weiss es nicht ich finde sie eigentlich mega schön mir 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 stört nur mich stört nur dass hier unten nur so dunkle Farben sind ich werde vielleicht mal ausprobieren die sie sonst so sind ob sie fleckig werden weiss ich nicht was ich weiss nicht ja die Eyeshadow Palette die wird bleiben Leute ich finde sie echt nicht schlecht von der Farbgebung also hatte ich schon Schlimmere diese Riesenbox Highlighter Blush und weiss nicht was werde ich natürlich auch behalten schon nur weil Playgirl ist natürlich ein Riesen-Oschi ein Riesen-Oschi und zuletzt die Essence Blum Blum Baby die werde ich sowieso behalten weil das war auch der Gedanke Urlaub und so da habe ich alles drin und ich finde es sehr normal tragbar und deshalb bleibt die sowieso ja das heisst ich kann jetzt wieder neue Schminke kaufen was ich vielleicht schon getan habe wer weiss wer weiss wer weiss ihr werdet es sehen ähm genau so Leute das war's ich wünsche euch von Herzen alles Gute alles Liebe und seid ganz einfach Tschüss ich fall hier schon auseinander bis zum nächsten Mal